Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute waren wir im Rittersgrüner Schmalspurbahnmuseum. Ich werde das Ganze wahrscheinlich in mehrere Teile aufteilen, aber jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil, nämlich vom Innenraum des Museums. Noch eine kurze Info vorab. Das Schmalspurbahnmuseum in Rittersgrün berichtet über die Geschichte der Schmalspurbahn zwischen Oberrittersgrün und Grünstettl, das liegt im Erzgebirge, zwar eine relativ kleine Strecke und darüber handelt dieses Museum. Im Sommer, wenn es Schiworn ist, kann man nach Hause sitzen, bis bei Barsch, 44 Strecke an den Korkenstern unten, und sich nach der Hälfte in den Wörterheisen mit einem Sitzblenk. Das Chlief ist ein Föchner Schmaler, bis bei Barsch und Grünstettl, das liegt im Ihr Rutsch. Wir können Sie hier anschauen, wir haben eine Mitm homemade unterdiviert Gefahr, nur wie im Erzgebirge Sie sich in den Wörtern, im Übruch bei Barsch und Grünstattl. Wir sind hier im Rabbe, wir sind jetzt vom Eichholen. Wir sind hier im Barsch und Grün. Wir sind hier im Barsch, aber in der Ferisch und Barsch und in dem Barsch, wir sind hier im Storage. Wir sind hier im Barsch, wir haben hier in den Korkenstern, in der Barsch und im dritten Lühen. Danke schön. 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 Danke. Danke schön. Danke schön.